Könnt ihr für mich mal lächeln, das sieht besser aus. Danke, so ist schon gut. Sie gehen freiwillig auf oder somit tragen. Also das verstehe ich jetzt mal als Antwort, dass Sie nicht freiwillig aufsehen wollen. Können Sie das nochmal erklären? Die ganzen anderen Kollegen von Ihnen, die sitzen ja schon dahinten, dann geht in diesen Bereich, der soll freigemacht werden, können gerne dahinten weitersitzen, das ist der Platzverweis, der gilt für diesen Bereich. Was Sie dann dahinten machen, ist uns das mal egal. Sprech dir mal die Dame in der Camouflage Hose an, da sieht man auch. Okay. Das Salament werden wir jetzt da hinten hin tragen, ja? Wenn Sie ein Stück zu holen sind... Wenn der Fahntetel... Tut er nicht. Der blinkt hier nur. So, es kommt. Eine Durchsage an unsere Fallstatue auf dem Gelände. Auch Sie werden aufgefordert, die Kugel zu verlassen. Versuchen Sie das, ich weiß ja nicht. Sie setzen sich selbst unnötig einer Gefahr aus. Ich fordere Sie auch, diese Kugel zu verlassen. Geht das so? Ja, dann machen Sie mal die Arme auf den Rücken, bitte. Nehmen Sie bitte die Arme zurück, ja? Ja. Hier ist das einfacher für Sie und auch für uns, ja? Verschenken Sie die... Das fährt nicht mehr. Dann müssen Sie mal eben vielleicht die Beine aufmachen. ... Winke, Winke! Warum fährt der nicht mehr? Ich weiß auch nicht. Ne. Der blinkt hier nur noch doof rum. So, dann gehen wir wieder. 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 So, dann gehen wir wieder.